Ja, DayZ! Mal seit lang wieder mal von uns gespielt, von dem Brainiac, vom Donnenkrümel, der zwar nicht aufnimmt, aber dabei ist. Und mir den Pillow. Wir sind, ja, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz im Bärenzino. Doch, sind wir noch? Ja, genau. Sind wir noch? Sind wir noch? Sind wir noch? Also, wir sind zum Krankenhaus gelaufen. Okay. Ja. Ein bisschen weiter weg von der Küste und ich stehe jetzt gerade hier am Panzermonument. Wie am Panzermonument? Wir sind zum Brunnen? Doch, gleich, aber hier ist ein Panzermonument. Das fand ich irgendwie cooler. Okay. Ja, Männer spielen es ja immer so. Ja, wir haben heute, oder was heißt heute, wir haben jetzt in den letzten zwei Stunden erstens kläglich versucht, uns zu finden, zweitens einen anständigen Server zu finden mit anständigem Loot, weil es doch leider sehr viele Server gibt, die High-Loot-Anzeigen, aber da noch leider keine High-Loot-Server sind, weil wir einfach nicht so viel Lust haben, jetzt fünf Stunden da rumzuluten oder rumzusuchen, um ein gutes Loot zu finden. Deswegen haben wir gedacht, okay, gehen wir auf so einen Server drauf, aber ja, da sind doch leider viele schwarze Schafe ohne den Servern. Ich komme jetzt aus der Typ wieder raus. Achtung. Und ja, im Moment läuft es ganz gut. Der Don ist jetzt, glaube ich, leider noch bei Elektro. Ich weiß gerade, was ich ihm gesagt habe. Ja, das ist ein Elektrogefangen mehr oder weniger. Der ist heiß geschossen oder gesagt. Pew, 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 pew. Das ist verständlich, dass man hier... Die laufen, die laufen dann mit den, mit den, mit den Händen in Waffenform gequetscht, äh, auf so rum. Heng, 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 heng. Das war, das war, das war die lange Gasse hinter uns zu werfen, wenn ihr euch ihn sehen könnt. Und da waren bestimmt zehn Leute und da ging es immer nur... Pew, 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 pew. Auf links nach rechts und dann hast du immer nur einen nach einem anderen Fallen gesehen. Ja, und du kannst dir das Ganze... Du kannst dir das ganze Loot zu, zu, zu... Ich hab versucht, äh, zu looten, aber da wurde auf mich geschossen und dann hab ich die Beine in die Hand geholt. Oh Gott. So, ähm... So, 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 so. Alles? Ja, rein? Oh, ja, okay, gut, also ich stehe hier noch immer im Panzermonument, ich warte hier auf dich. Beziehungsweise... Okay, warte, ich komme da runter. Beziehungsweise ich bin an der Eckkneipe, die heißt Toktoktoktütüke. Ich kann es nicht aussprechen, das ist, äh, da steht Toktöhninja oder so. Da ist ein Ortschild direkt davor. In der Kneipe bin ich drin, hab die Zürzung genommen. Was ich hab' gemacht, nicht, dass du nicht will. Nein, bis gleich bin da. Hab dich schon gesehen. Seh' ich. Wow! Sag doch, dass du da reingehst. Haha! Ich glaub' ich fang' irgendwann heute noch mal ne Kugel von dir, oder? Ja, aber dann töte mich. Ah, guck mal! Ich hab' nochmal Munition gefunden. Ah, nice. Welche? Ich brauche nämlich... das ist genau die munition die ich für die mp4 45er brauche ich es ist unglaublich ich habe ich habe echt so glück gehabt ich war gerade nämlich hier bin ich respawned und perenzino haben uns so aufgeregt dass es halt irgendwie nichts gibt so eine hier und dann renne ich einfach mal hier es war genau das gleiche gebäude von gleichem schema regiert treppen hoch direkt irgendwie mp5 30 magazine dafür und eine schallgedämpfte pistole die ich den brain jetzt überlassen habe mit taschenlampe genau die habt ihr eben bei mir gesehen ja moment ich habe ich habe noch nie den server jetzt letzte zeit gesehen wo tag nacht war so gut ist so ich bin im haus weitergelaufen blaue türen nee es war so ein so ein so ein so ein so ein beigfarbenes hier ich bin rechts von dir ok lass uns hier in die richtung ist noch zu aber komm ich auch nicht rein ja bitte ich würde sagen wir machen uns dann aber jetzt mal nach runter nach solnitschie auf oder 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 soll nicht also quasi im don ein bisschen entgegen ja okay alles klar gut von da kam mir von da ich weiß noch mal da unten könnten wir könnten mal dieses gebäude da wo wir beim dritten mal aufnehmen oder so verreckt sind weil da so ein glitscher war links runter da müssen wir da wo hinten das ja nein das ist schon ewig her haben wir das weise dass im haus ja 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 immer so was weiß und dann von meiner karte weiß ich nicht aber so was weiß sind das hier ist eine riesen stallung oder ja da könnte man was zu essen finden definitiv also ist meistens was zu essen salami Pferdesalami Pferdesalami und Pferdesalami und Pferdesalami und Sauerbraten weil gerade leckt bei mir wieder ein bisschen was geht nichts 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 hier Schuhe ja toll also ich hab noch die gemischte von der Feuerwehrleute noch was ist das hier eine Jacke Wallcoat ähm ja brauche ich aber auch nicht oder weil es ist ja schon wieder durstig egal was haben wir hier was soll das nicht blüchtern wir da ja was haben wir denn hier Paprika sieht also Paprika wow was denn zombies wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn hier drin hinten raus oh du könnt auch wieder hier rein ich warte hier schlagen aber auch zu die Säcke ich habe ihn gehäte ja da ist und er ist noch eine Achtung 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 hab ich dich getroffen ne 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 das ist gut wie der hier verliebt so oh oh nevermind hab ich grad wieder eine richtig krassen desing kann das sein ähm ja 1685 hab ich weißt du ne ich hab ein 113er desing warum auch immer lass mal dahint alter ich wieder lass mal dahinter zu dem ähm Robau da gehen zum Robau weißt du ja wo wir dann so schön das Lagerfeuer gemacht haben genau beziehungsweise ähm wo das Lagerfeuer war und wir uns das angeguckt haben und auf einmal dann äh ja 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 ok jetzt weiß ich es auch äh toll wir sind Zaun schöner Zaun hier ist ein Loch hier hier links 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 oh du bist voll den langen was willst du von mir ja also ich bin oh mein Gott jetzt bin ich zurückgelegt oh mein oh mein Gott äh ey das ist jetzt nicht mehr witzig ne ich kann mich äh ein desing von 115 aber ich komm nicht aus dem ich hab ein desing ich hab ein desing von 3900 ich kam gerade nicht aus dieser Scheune raus ne ja ab und zu haben die als Server noch glaube ich Probleme irgendwie ähm ich hab wir waren vorhin auf dem Server Leute und ja ich bin schon drin ähm wir waren vorhin auf dem Server Leute da ach du das bin ich da ähm dann hatte ich ein desing von 21.000 was haha ja vorhin du weißt es nicht mehr so ich esse jetzt mal ein bisschen was 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 was ich sag dann so ist das nicht mehr wie 21.000 oder irgendwas irgendwas auf irgendwas sehr sehr hoch sehr sehr hoch ja na ich hab auch Winchester Kugeln das hab ich gerade so der ist hungrig water purification tablets das ist super ok brauchen wir die ja natürlich wenn wir mal keinen Grund finden aber Seewasser dann können wir das Wasser nämlich ja bist du gerade oben im ersten Stock ja 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 ich bin oben im ersten Stock ja renne da entlang in der Hoffnung was tolles zu finden das heißt wird da irgendjemand nachladen das bin ich ich trinke aus der Flasche das hört sich so komisch an ich bin ich bin ich bin oben auf dem Dach und gibt es noch schönes und wie es wie sie sehen sehen sie nichts nothing kann ich auf den Kran hoch bestimmt bis zu einem gewissen Level glaube ich kannst du da hochklären ja plop du 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 siehst du mich eigentlich ich sehe dich ja bin der Kumpel kam ich habe mal ein Screenshot gemacht ich glaube es nämlich als thumbnail Pillow der Kran was ist diese hornös wäre wenn du da oben nicht was zu essen echt ja crazy shit baked beans lecker Bühnchen das war es auch schon durch höher komme ich nicht du kannst dir die Trümmerhaufen durchsuchen kann das sein also ne ich kann nach Steinen suchen schade ja mach das mal dann kannst du dir ein Messer machen und dann kannst du Dosen besser öffnen dann brauchst du keine Dosen machen das ist auf jeden Fall äh ganz cool weil dann brauchst du nicht mit dem Brecheisen oder so Dosen aufmachen sondern hast du dann meistens dann noch schon 100% I've found nothing nothing uuuuuh ja mein erster dumm Steine zu finden oder meine da hast du immer Steine auf dem Boden wo sind sie oh ich hab was gefunden ich dachte du bist so dumm um Steine zu finden wir brauchen die wir brauchen die zwei zwei Steine ja das hört sich aber jetzt gerade so geil an der ist so dumm um Steine zu finden du bist so dumm um Steine zu finden ja du kannst dann so ein deine Mutter ist so dumm äh auf dem Steine Feldstein zu finden oder so deine Mutter ist so dumm um gerade auszulaufen ja genau deine Mutter ist so dumm elementare Dinge wie atmen vergisst sie oder ähm denkst du dann noch deine Mutter ist so fett sie hat ein eigenes Gravitationsfeld oder deine Mutter ist so behaart sie spricht Chewbacca oder so ja oder deine Mutter ist so fett hat die Blutgruppe Nutella goh ja hätt ich auch gerne Bild wird immer weiß oh nein oh nein ich hab grad n Dings nein nicht dass wir jetzt den Server neu starten wie viel haben wir denn ich hab keine Uhr grad zur Hand zehn vor zwölf zehn vor zwölf was ist das für ne dumme äh Zeit um Server neu starten zu hast du dir die Aufnahme willkommen ja Klasse das war zehn Minuten Aufnahme oder was ne elf Minuten knapp elf Minuten ist egal ich lass trotzdem jetzt weiterlaufen guck ähm ob wir direkt wieder drauf gehen können wie hieß der Server jetzt nochmal du hast den Bambi 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 ne Bambi Dürfte normal auch im Verlauf drin sein oder ne gibt's nicht bei Desi gibt's keine Verlauf das wird nicht gespeichert natürlich bei mir ist das nicht gespeichert bei mir ist das nicht gespeichert bei mir schon ich werde morgen mein System neu aufsetzen das kann ja nicht sein ne dass das bei dir bei euch allen irgendwie Verlauf ist und wir haben alles nur aufnehmen können ohne Probleme und ich hab voll lief und hier mein System spackt rum wie nichts du bist du musst ja echt auswählen welches Programm du bei welchem Spiel benutzen kannst oder was meinst du denn beim Aufnehmen jetzt du musst wirklich immer spezielle Programme benutzen oder ich hab jetzt ich nehm jetzt mit mit Shadowplay auf weil ähm BattleEye nämlich ähm die Aufnahmeprogramme quasi aus ausschließt weil äh das hier quasi als Cheat gilt also ne deswegen hat der geht der OBS auch nicht da drauf Connection doch ja OBS OBS geht OBS geht ja wenn du dieses Dings da anmachst das nen Haken da setzt ja das ist aber extra im OBS drin ach guck mal wenn ich jetzt auf Play gehe also wir kannst wieder spielen ich bin wieder drauf ich auch glaube ich ich hab einfach auf Play ah ja ich ah ich bin auf dem Kran drauf das wär irgendwie so ne wir haben Kran gespawnt so hab ich jetzt schon einen Stein gefunden? ne bei mir hab ich grad ein Standbild gefühlt hab ich 0,5 äh FPS grad ja ah jetzt kann ich verstanden äh kannst du dich bewegen alles verarschen ach guck mal an jetzt hat's meine auch kapiert hat mein ist auch kapiert aber wenn die ist aber noch ich habe gemacht haben sollen wir wieder ja 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 ich wollte grad schon sagen wir haben so ein bisschen muss man zum Beispiel dass er sich in der Nähe nachher wobei die Sorge ist und er hat ich mich schon gedacht ja ich will dich nämlich mein Name ist die Kürbete jetzt er will mein Wunsch mein Name ist das war eine reisige Fresse ein mein Name ist mal ein Gott verdammt die B und dann wie kann es denn sein der Selma Kassel ist dort und Prozent ist es in Häusern Ränder an das sein links und rechts ich habe gerade wo bist du denn hier links rechts links ich habe die frau angeschossen ich will dich nicht treffen das ist das problem sehr schön sehr schön wer es tut ja ich glaube auch so das gefühl aber ich finde es sehr komisch bei einem server restart müsste ja eigentlich auch alle türen wieder zu sein und so weiter eigentlich dachte ich ein bisschen irgendwie mitnehmen das zelt das sind so viel platz weg ich habe ein hackeball es sind aber schon ein paar sachen da ich bin jetzt hier in der scheune drin da ist gar nicht okay wo bist du wegen häusern oder so drin ja ich bin im haussten okay wir nehmen dieser in diesem stall da drin im pferdestall stockstand한�던 ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht noch Bogge Awkett aber das mache ich nicht mehr nein No gibt jegung ein bisschen whipped loANS ich habe ich nicht auf geachtet macht die 300 prozent schneller das ist zum ach so damit bin ich das ding ist das ist ja echt jetzt ich bin jetzt wieder am rohbau da lassen wir wieder in richtung damit wir dem dom entgegen laufen können ich hatte nur die kunden nacktausrüstung die kunden nacktausrüstung ich bin durstig sollte mal was trinken dieses bild auf einmal so hell und scharf umstellung so ich nehme hier mal ein paar tabletten brauchst du auch vitamin tabletten was nö ich bin energize bin nur ein bisschen durstig passt läuft n m m m m m m mit und und die die das ist für Mario mit das stimmt vorrangigen Supermarie Nummer nein wenn du stirbst ja das war dass du gestürzt da gibt es zu gewählt wird wird die genau das war ich zweimal gerade vorgemacht, mit dem ersten hast du Nein gesagt, mit dem zweiten hast du Ja gesagt ich habe es aufgenommen, du hast es auch aufgenommen Nein! Niemals! Ich stehe dich raus! Alles Gerüchte! Das sieht ja sehr lecker aus hier, ich muss aber trotzdem meine Wasserfläche mal aufnehmen Du kannst Zombie bei mir vorbeilaufen und du saß, es sieht ja alles sehr lecker aus sehr passend Bill Bottle Achso, ich kann mir hier mal einen zweiten Stein suchen Wie geht das jetzt? Die Tabletten einfach drüber ziehen und dann Purify Water, ja, das wird okay Ich gehe so ungern in den See, dann ist es immer voll durchgenässt für fünf Stunden Ja, das stimmt I'm completely soaking Search for stones in der Luft Hallo Hallo Ich habe was gefunden Wo ist denn? Achso, genau, ich wollte ja, ich habe ja, komisch, die Steine hat er gar nicht mehr, äh, dabei gehabt Ah, hier, da hat er Hairstones I have found nothing Wollen wir beim Thema wären I have found something Wuhuuu Wieso kann ich denn jetzt nicht? Wo hast du es drauf? Ja, ich weiß nicht Hast du Pech gehabt, du Pfeifel Du bist von der Presse, du kriegst genauso Wasser So, los geht's auf, komm, weiter Ja, warte, ich muss erstmal hier so ein bisschen Craft improved Ah, du kannst mit dem Das geht nicht schon wieder Alter, du siehst bei mir gar Bei mir kamen irgendwie die La- dein Dings nicht nach, dein ähm Textur oder was? Ne, du beim, du bist, du warst in der Hocke bei mir, ja? Auf den Gleisen, und bist in der Hocke quasi, äh, quasi mit dem Arsch am Boden oder was? geklitten über die Gleise geklitten sind und das hat geiler ist hat genau ab das soll schon sehr amüsant aus ich würde so einen krassen D-Singer da was ne null aber wir könnten ja mal vielleicht einen kurzen Cut machen mit dem Zauberjahr stimmt sich sehe ich gerade ja können wir machen müssen jetzt sind nicht alle die Bäume ich hatte ich habe schattiges Plätzchen Kieks in unserem Baum dann mit dieser lustigen Anekdote war es das für diese Folge nächste Folge rennen wir auf der Weiterrichtung Don Krümel und bis dahin Tschüss und tülü 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 kieks